Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Galacticraft. Jetzt gehen wir gleich mal hier rein in das Gebäude unserer Wahl heute. Wir kümmern uns heute um die Farm Machine und die Farm wird heute fertig werden, kann ich euch garantieren und wenn es nicht wird, dann machen wir sie fertig. Einfach offscreen. Und ja, das heißt, das heißt, wir brauchen Blöcke und Ressourcen, die haben wir uns beschafft, indem wir einfach die Query mal wieder aufgestellt haben. Wir sind mittlerweile bei 805.000 Cobblestone. Und ja, wir haben natürlich auch wieder ein bisschen Eisennachschub uns geholt und natürlich auch noch bei den anderen Ressourcen und so. Die brauchen wir aber gar nicht mehr so häufig. Und ja, da macht er jetzt hier schon die Stone Slabs an die Decke. Weil es einfach besser ist, damit man nicht immer diese scheiß Erde sieht. Und euch fällt bestimmt da oben das auf. Es wird irgendwie immer der Block angezeigt, auf den ich drauf schaue. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Das ist bei Not Enough Items wohl irgendwie aktiviert worden. Einfach für die VIPs, so. Ja, für die VIPs. So, ähm, ja, die Decke aus, was machen wir die Decke? Ja, aus Slabs. Slabs. Warte mal ganz kurz. Schau erst mal, wie hoch die, äh, die Slabblöcke denn sind über dem Boden. Weil da kommen definitiv Slabs hin, weil da drüber kommen wieder. Dreieinhalb Blöcke. Was? Viereinhalb Blöcke über dem Boden werden die. Ja, dann, hä? Dreieinhalb Blöcke. Nee, viereinhalb. Das ist in der Stockwerk, hast du Höhe gemacht. Dreieinhalb. Ah, ja, nein, viereinhalb. Dreieinhalb. Dann machst du es halt wieder niedriger. Dreieinhalb. Das ist ein Stockwerk. Dreieinhalb, ja. Nee, mach das halt einfach höher. Ist ja das letzte. Schau mal, boy. Mach doch einfach folgendes. Schau. Du reißt jetzt einfach hier das raus und machst du da einfach, äh, Dingens hin. Fertig. Okay. YOLO. Ach, scheiße, Playlist nicht gestartet jetzt aber. Alter, das passiert mir fast nie mehr, aber jetzt ist mir passiert. Ja, mir passiert es auch nicht mehr. Ja, äh, genau, äh, genau. Du hast das sicherlich, äh, ach so, du bist drauf angewiesen, dass, äh, du bist drauf angewiesen, dass ich dir sag, genau. Ja, warte mal kurz, das ist kein Abonnier, also, nee, nee, da drunter ist kein Eisenblock. Ja, komm, das machen wir jetzt mal. Wir sparen hier. Einfach damit keiner weiß, ihr, die, die jetzt die Folge sehen, wissen, dass da unten ein Erdblock ist, der da nicht hingehört, den hab ich einfach da unten, unten rein geschummelt. So, mal, normalerweise mach ich das jetzt nicht, aber da haben wir ein Geheimnis, was wir hier teilen. Hm, richtig geil. So, ja, wir wollen natürlich die Farben, die Folge wirklich fertig kriegen. Ich glaub, es schafft. Ach ja, was ich auch machen werde, diese Folge, ich werde erstens dieses Ding ein bisschen hier weiter rüberzimmern, weil es einfach nötig ist und weil ich das einfach jetzt machen werde. Das ist schon mal das Erste. Genau. So, und ihr hört hier grad einen schönen Track von Beter Reef und das ist sogar mein Lieblings Track von der. Ich hab ja nicht viele von der. Was? Der. Hab ich doch gesagt. Du hast die gesagt. Nein, hab ich nicht. Äh, ja. Boy, das kann nicht sein hier, ne? Ich hab mich nicht viel mit dem beschäftigt, tut mir leid. Ja, ja, wahrscheinlich kann man sogar die sagen, aber weil es eine Batterie ist, aber. Oh, oh, oh. Ja, aber. So, da geht es schon wieder bei Word of Warcraft weiter, ja, das ist schon wieder was ganz anderes. Warcraft, bei mir kommt doch immer Nintendo Musik, ich kann mich einfach nicht von diesen, von diesen Tracks kann ich mich einfach nicht losreißen. Ja, ich weiß, ob es das Risiko wert ist, dass ich noch Nintendo Tracks reinpacke. Ich hätte es eigentlich schon wollen, ne? Weil die Nintendo Tracks sind einfach genauso geil. Wie? Wie, äh. Die Nintendo Tracks sind einfach die geilsten. Ja, das stimmt sogar. Aber die fähigsten Komponisten arbeiten bei Nintendo, ist halt irgendwie so. So easy, so easy, Leute. Die Lieblingsmelodien von allen oder die Melodien, die jeder kennt, die kommen alle von Nintendo. Ja gut, bis auf Tetris vielleicht, aber. Tetris. Es passt zusammen, genau wie Tetris. Genau. Genau. So was wie, äh, Zelda, Mario und so. Das sind nämlich zwei Namen, die ich kenne. Den Rest kenne ich eigentlich nicht, aber. Ja, das sind die bekanntesten, die kennt ja jeder eigentlich, ne? Auch jemand, der jetzt keine Nintendo-Spiele spielt, der hat schon mal was von Zelda und Mario gehört. Und von Kirby vielleicht auch noch. Oder halt nett. Oder halt nett. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal folgendes, würde ich sagen. Dann zimmere ich hier jetzt einfach mal eine Sch... Da wäre ein Tobi da oben was Produktives, mache ich hier einfach auch was Produktives. Oder so würde ich... Mach beide was Produktives. Oh shit, da sind ja die ganzen Mobs gewesen, stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Hast du es nicht ausgeleuchtet? Ist, ne, die Seite irgendwie nicht. Also da ist ja so ein Hügel unter unserem Ding. Unser Teil ist ja so groß, dass da drunter sogar schon Berge sind, die das ganze Ding zu teilen. Und jetzt ist es einfach so, weiß ich, da denke ich mir jetzt einfach, nö, da kenne ich jetzt einfach nichts. Und mach da einfach jetzt eine Eisenwand rein, weil... Der sieht die Potato steht schon da oben, ganz groß, ne? Kann man mal irgendwann abrunden, wenn man Lust drauf hat. So. Oder wenn man einfach Hunger hat, verdammt nochmal. Ach ja, damals im Krieg, da hatten wir uns das gewünscht, aber sowas gab es ja nicht. Ja, da gab es doch keine Kartoffeln, ja. Und ja, ihr dürft euch da auf einiges freuen, ja. Wir werden nämlich da, wir werden zu, zum Ende, wenn wir diese Map bereitstellen, wird da wird einiges da sein, ja. Also, wir geben die euch nicht einfach so, wie so ein, irgend solche Lame, ein Let's Player. Ja, irgendwie ist es schon lame, dass wir so lange warten, aber auch cool. Ja, na. Aber ihr könnt dann alles selbst bearbeiten hier. Ihr könnt euer halbes Leben dann auf der Map verbringen, genauso wie wir es auch gemacht haben. Ja, wir werden nämlich, wir werden noch einige Features ja einbauen oder rausbauen und in die Map, äh, das alles halt so fertig bauen, was wir angefangen haben. Bzw. das werden wir natürlich noch größtenteils mit euch machen, ist ja klar hier. Ja, das hört sich jetzt gerade schon so an, als ob das irgendwie die letzte Folge ist, ist es aber ja nicht so, das ist auch gut so. Und zwar, wir werden, ja, also mindestens noch, solltest du sagen, wie viele Folgen wir mindestens noch machen? Fuchzi, fuchzi, fuchzi. Fuchzi Folgen, das heißt, wir machen mindestens 121 Folgen. Nein, jetzt habe ich Stone Pressure Plates gemacht. Ach, egal. Warum, was hast du denn gesagt? Ha, nur 50, das passt schon. Hätte ich auch gesagt. 50 Freunde Folgen. Das heißt, wir machen 231 voll, ja. Nein, 221. Ja, vielleicht machen wir es auch ganz runde, machen 250, damit wir einfach dieses Feeling haben. Destens, ja, mindestens. Aber, ja, das heißt, So was mit Decke, machen wir die Decke im nächsten Stock auch noch mit HALF Slabs voll. Ja, weil da drüber kommt ja dann wieder Erde, weißt du? Du verstehst, ich habe mir schon was dabei gedacht, my friend. Ja, ne, da auch, wo Wolle ist, in den Mittelgängen. Da mache ich jetzt auch noch HALF Slabs unten ran, oder? Ja, das muss schon, das muss alles, also, mit HALF Slabs sein. Ich überlege mir bloß gerade, ob ich eventuell da so Treppen ran machen soll, da wo es so hässlich schwarz ist, weil es wurde ja immer noch nicht gefixt, das Beleuchtungsproblem mit den Slabs. Das wird wahrscheinlich nie gefixt werden. Was ich leider ein bisschen... In der 1,7,2 soll es besser werden. Besser werden? Besser werden, ja. Oder es sollte besser sein, ne. Das Beleuchtungsproblem. Was war denn das gerade mit den... So, jetzt kann ich bitte das irgendwie bei mir jetzt aus zwei Eisenblöcken einer gewonnen. Ja, das ist, wenn der, wenn der Kleinen denkt, du, jetzt ist es hingesetzt und ihr den Block wegzieht, wenn ihr dann aber wieder ein Block platzierst, sagt das Server, du hast eigentlich viel mehr in der Hand und dann wird die Zahl erst wieder richtig gestellt. So. So sieht so aus, ja. Ist ja richtig praktisch. Ist ja richtig wissenschaftlich. So einfach auf der Seite sind halt einfach, äh... Zombies und KKG und auf der anderen sind halt einfach keine, ne. So gehört sich das. Jomei, du Spaß, verzieh dich. Also jetzt hier nimmt aber wieder böse Wörter in den Mund, okay. Ja, so wie du immer, ne. Da muss ich dich wieder läutern, hier, ja. Das geht ja mal gar nichts. Läutern. Läutern. Da musst du mal aufhören, scheiße zu labern. Da glaube ich auch, mein Freund, ne. Wieso habe ich so viele pinke Schafe? Das ist nur wegen dem roten Schaf, weil die... Ja, weil ich nur wegen dir durchge... Oh, pinke Schafe, achso. Ja, machen wir das doch, oder? Also da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Ja, mach einfach mal ein pinke Schafe, lustig. Ja. Hast du irgendwas gegen, ja, dir die Farbe pink und die damit verbundenen Homosexuellen, äh, ne? Ja, nee, also nee. Muss ich ehrlich sagen, wie dem auch sei, wir müssen jetzt hier vorankommen und ich habe nichts besseres zu tun, als, als irgendwie eine Erdwand durch, äh, ach, nö, bitte, bitte, lass mir jetzt nicht verdammt nochmal. Bde, mensch. Bde, sagen wir jetzt nicht, dass es passiert ist, ja. So, jetzt muss ich direkt mal, ich weiß, nein. Immer dieses scheiß Wasser, was überall runterfließt und hochfließt. Entschuldigung. So, hier einmal ganz kurz nochmal durchmähen und das ist gleich geschafft hier. Dann kann ich mich auch dem oberen Stockwerk widmen, was ja so geil werden. Och, was? Was? Was war das gerade los? Da sind gerade zwei Mini-Zombies von irgendwo von der Decke runtergeflogen und haben mich in ihrem Flug umgebracht. Äh, nicht umgebracht, getötet. Nicht getötet, auch nicht. What? What? Okay, einmal durchschießen. Äh, Dommel, aber wir müssen... Ich hab Probleme, ich hab Probleme, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Hier sind so viele Zombies, die mich an... Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet jetzt habe ich diesen Scheiß-Bag, wo diese verdammte Rüstung nicht kalt werden will. Trägt mich so auf. Das ist doch kalt. Ja, jetzt, aber die Bar geht nicht runter. Ja, dann geh halt mal kurz ins Wasser. Tobi, da unten sind ganz viele Zombies, die kommen einfach rein. Ich hab ein Loch nicht zugestopft. Juckt, glaubt. Nein, das juckt. Hier hat die Wand nicht fertig gemacht. Mach du die mal fertig, bitte. Oh, jetzt ist es plötzlich weg, die geht. Okay, finde ich gut. Die gehen raus und verbrennen. Okay, dann, ähm... Karotte-Fresse, mach du mal bitte die Wand, wie sie da gehört. Ich hab aber leider kein Dirt. Ja, du brauchst auch kein Dirt. Das brauchst nur Eisen. Ach so. Ach so. So. Alter, wie viele Zombies sind denn das johle? Wieso sind ja gar nicht keine Slaps mehr übrig? Ach so, hier ist der Fehler. Hier muss natürlich, müsste ich noch Slaps rein. Schauen wir ganz kurz, wie das hier geregelt wurde. Aha, gar nicht. Ja, hervorragend, würde ich sagen. Da mach ich mal ganz kurz hier noch die Decke. Ja, Tobi, ne? So, ja, dann, ich doch gar kein Problem. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich versuche einfach, irgendwie das Loch zu stopfen. Und du bringst dir derweilen um oder so. Das kann man dann. Ich stopfte das Loch und übrigens so. Ich bin nämlich schon hier am Loch, direkt an der Quelle. Dann stoppe ich's nicht und mach einfach die Slaps hin. Genau. Ey, das geht sogar noch gerade. Aber, das ist nicht so das Ideale, was ich mir so vorstelle. Unter den Arbeitsbedingungen, das ähnelt ihr so einem kleinen Schnitzen. Alter, das war ziemlich, ziemlich scheiße gerade. Was? Vor allem, wenn es so viele Zombies sind, dann vermehren die sich, während ich sie abschlacht. Vermehren die sich? Ja, wie denkst du entstehen denn Babyzombies? Keine Ahnung, ich dachte, die wachsen irgendwie aus der Kotze raus oder so. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Freunde, ich will keinen Stress mit euch. Ich bin ganz friedlich. Da ist sogar eins oben in den Bäumen. Die sind hochgeflogen, die Bäume. Und warum ist da ein Schaf da? Frei. Keine Ahnung. Was weiß denn ich? Bei denen ist doch eh nichts richtig. Sag mal, sterben die irgendwann? Oder hört die Welle auch mal auf? Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die kleinen Kinder schon wieder groß geworden. Und es wird hier so ein elender Kreislauf, wo wir nichts dagegen machen können. Wir können alles mit Lava voll machen. Ja, super. Oder wir machen eine Zombie-Farm. Oder wir machen einfach eine verdammte Baum-Farm. Ja. Ich finde gut, dass du die Agro von allen auf dich ziehst. Ja, stark, ne? Finde ich gut. Ist da hinten noch irgendwo ein Loch? Ich bin nur... So. Jetzt musst du einfach nur noch alle umbringen. Gar kein Problem. Zack, zack, zack. Das kann nicht sein. Das wird schon wieder viel Offscreen-Arbeit. Ich lasse jetzt einfach diese ganze Scheiße hier. Ah, da ist ein Loch. Ich habe ein Loch. Ich habe auch den Brenn-Bug. Das ist doch nicht. Richtig bescheuert, ne? Ich habe gedacht, ich habe ihn, aber ich habe ihn. Okay. Also, dann gehe ich einfach mal kurz hoch hier. Schauen wir mal das kurz an, was er hier gemacht hat. Der Laus-Bubli geht nach den Slaps, kommt dann logischerweise dreieinhalb. Danach kommt nochmal eine Schicht. Und dann, genau, da sind die Felder schon. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz, ich mache jetzt kurz die Treppe hin. Waren lieber. Alter, wie viele Zombies sind denn das? Keine Ahnung, Tobi, keine Ahnung. Zack. Dann fliegen die irgendwie noch hoch, weil ich so einen hohen Knockout-Ding habe. Ja, genau. Und dann springen auch noch irgendwie diese Babys, die werfen wahrscheinlich ihre Babys auf dich, so wie die Gargantuas, diese Wichte, werfen bei Platz gegen Zombies. Das ist bestimmt abgeschaut hier. Auf jeden Fall müssen wir jetzt da hier die Treppe bauen, dann mache ich das obere Stockwerk. Tobi hat noch ein bisschen mit den Zombies zu kämpfen. Und dann ist das Projekt mit der Farm hoffentlich gegessen. Ach, scheiße, wir wollen ja auch noch Steve's Cut installieren und das Ganze ab. Oder lassen wir es einfach. Das lassen wir es ein. Wir machen. Nein, nicht noch ein Creeper. Ach, doch, wir machen eine automatische Farm, aber wir machen es einfach mit Wasser. Da denke ich mir jetzt, da kenne ich einfach nichts. Nein, nein. Nein. Ich sterb. Du bist gestorben. Ja, wegen dem scheiß Bug. Der ist so beschissen, ne? Kannst du mal schnell da? Nein, warte, du brauchst nichts machen. Hätte ich auch nicht. Oh, jetzt weiß ich mich doch. Oh, Mann. Der Bug geht mir so auf den Sack. Nicht nur dir, mein Freund. Ich mach jetzt einfach mal hier das ganze Zeug weg, weil hier kommen ja die Melonen-Farm und die Kürbisfarm hin. Und dann kann ich eh nicht mehr alles aufsammeln. YOLO. Ich hab ja fünf Sekunden. Ich glaub, ich denk jetzt erstmal scheiß drauf und wir inszenieren jetzt einfach beide. Ne, Heat-Sync auf alle unsere Rüstungsteile. Ja, komm, bitte besorg mal dafür. Weil ich hab einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Nicht nur du. Wieso haben wir eigentlich nicht schon früher die Heat-Sync installiert? Keine Ahnung. Gibt ja noch eine Cooling-Engine. Gibt's ja auch noch. Wahrscheinlich werden die sich schon was dabei gedacht haben, das zu implementieren. Nö. Aber ihr denkt uns, ja. Nö. Ja, wir schaffen's auch ohne, ja. Klare Sache. Vollkommen unwichtig, ja. So, jetzt geh ich einfach mal ganz kurz hier zu den Viechern. Oh, Mann, wie langsam ich bin, ey. Gib den einfach mal ganz kurz eine Runde aus, würde ich sagen. Zack. Hier, Freunde der Sonne. Jetzt muss man auch Zombies sind. Eine Runde geht auf mich. So, komm her. Noch Zombies. Auf geht's. Wo seid ihr, Freunde der Sonne? Ja. Hier spielt die Musik. Okay. So, oder leh. Hier. Die Karotten. Ach, die brauchen ja Karotten. Egal. Dann opfer ich einfach kurz meine Karotten auf. Ja, da. Die kommen. Was? Nein. Die hat, das Tom, die hat meine Rüstung an. Was? Was? Jan? Warte, 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 kurz, komm, ich, warte, das will ich mir jetzt wirklich anschauen. Gott sei Dank. Wo? Wo? Ich hab schon umgebracht. Nein. Wieso? Ich wollte ihn noch sehen. Mann. Ich hab grad erst mal gedacht. Also könnt ihr euch ja mal eine Runde beim Tobi reinziehen. Schaut einfach mal bei dem vorbei. Da seht ihr den Zombie in seiner schicken Rüstung. Ich hab grad einfach bei der Rüstung an. Einfach ganz dreist. Da ist der links dran. Achso, warte mal kurz. Äh, ich hab trotzdem noch was verpennt hier. Ich brauche von dem Ding hier und so. Schnick, schnack. Hä, wieso sind die alle tot? Was hast du nur gemacht mit unseren Schafen? Also, dass du die pinken umgebracht hast, so wie ich das jetzt grad mach, das kann ich ja noch verstehen. Aber ich hab die nicht umgebracht. Aber ich, ich hab die umgebracht. Die pinken, ja, aber die weißen doch nicht. Ich hab jetzt grad, ich, die weißen. Wir haben nur vier weiße, willst du mich verarschen? Ja, wir haben nicht mehr weiße. Ich hab vorher erst ein bisschen vermehrt. Du hast gar nichts vermehrt. Die sind jetzt, ich hab's dir grad vermehrt. Hier ist gar nichts. Davor hab ich aber auch mal vermehrt, ja. So. So. Sugar Canes. Okay, komm, jetzt, es juckt mich jetzt einfach alles nichts. Ich nehme hier. Ich geh jetzt hoch und, äh, ein Gehege lassen wir einfach mal frei da hinten. Das passt jetzt schon. Und ich mach jetzt einfach dort, wo, äh, Dingens sein sollte, weil wir einfach zu arm sind. Also, mal, mal gucken. In der Folge haben wir sogar relativ kreativ und produktiv hier arbeitet. Ja, abgesehen davon. Was, aber noch auf Schwachlaufen oder was? Ja, natürlich, da kommt noch die Weed-Farben drauf. Ja, und wir müssen aber doch Glas durchmachen, da, es muss ja irgendwie, ach so. Ja, doch, aber es muss, ja, Licht bekommen. Hä? Was muss Licht bekommen? Ja, die Farben oder nicht? Welche Farben? Wir haben doch Glow-Stone-Licht. Stimmt. Stimmt. Ach so, 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 okay, also, wir machen hier die automatische Weed-Fabrik, ganz klare Sache. Die Weed-Tromatik. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, das Ganze mit dem Redstone zu verkabeln. Ja, die Frage ist, machen wir es jetzt auf Screen oder nicht? Ja, natürlich, als ob das jemand interessiert. Weil diese Folge hat soeben ihr Ende erreicht. Ja, egal, komm, jetzt helfen wir noch kurz ein bisschen aus. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Überlänge, würde ich sagen, so bis 25 oder 23. Und dann, äh... So, und ich kann es gleich sagen, nach der Aufnahme, ey, ich wollte dann nur 22. Ach, ja. Ach, Tobias, du Witzbeut. Ja, so ist es halt, ne? Ja, also einfach, jetzt ziehe ich einfach hier so einen Rahmen drumherum, weil das sich so gehört, das macht man einfach so. Und dann, wenn wir da den Rahmen drumherum gezogen haben, dann platziere ich auch schon die ersten Weed Boys. Mal sehen, was wir da machen. Weed, Weed Boys. Zack. Weeds Boys. Rack, da, schnack, da sage ich dazu nur. Weil hier wird dann das ganze Zeug auch anlaufen. Also, da wird auch nicht mehr passieren, als dass halt zwei Sandblöcke wahrscheinlich in den Ecken jeweils weggehen oder hochgehen oder wie auch immer. Und dann, ähm... Ja, und was... Kommt da dann Wasser raus, oder? Genau, dann läuft halt das Wasser, oder die gehen runter und dann geht das, kann das Wasser halt durchlaufen, also nicht arg kompliziert. Ja, das ist ja so die standardisierte Weed Farm, ne, würde ich mal sagen. Ganz klare Sache, ja. Also, der, äh, Fachmann. Die ist nach der DIN-Norm 761. Wer sich die DIN-Norm jetzt wirklich gibt, na, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, was das Fremde ist. Äh... Ja, ne? So. Ach ja, der nächste Gast, der wahrscheinlich diese... bald kommen wird. Die wilde Treten. 70 war ja eigentlich, äh, Gastfolge, aber wir haben die Folge so verkackt. Die letzte Folge, genau. Äh, und, ähm, ja, deswegen kommt ja demnächst wahrscheinlich eine Gastfolge wieder. Mal schauen, welchen Gast wieder uns da so klammern. Und dann ist es ja so, dass wir die neue Challenge ausprobieren. Das muss alles noch startklar werden hier. Und es kann... Und bitte, ne? Bewerben und so. Also, ich weiß ja gar nicht, wie viele Bewerbungen wir gerade haben, aber beworbt euch einfach. Die Chancen können dabei nur steigen. Schickt einen Brief an das Postfach 883256789 und jeder sollte bemerkt haben, dass seine Postfachennummer nicht so viele Zahlen hat. Nein, einfach eine PN schicken. Und bitte auch nur eine PN, das wäre am besten. Und schreibt am besten rein, warum ihr da teilnehmen wollt. Und, ja, ne? Vielleicht mal eine kleine Selbstbeschreibung, so, wie alt ihr seid. So, also ich bin. Ich bin selbstverliebt. Ich bin, äh, ja. So, ich bin selbstverliebt. Ich bin 50 Jahre alt, spiele leidenschaftlich WoW und schaue mir jedes Mal eure Videos an. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Da würde ich gleich sagen, hier mein Freund, ein bisschen Hardcore-Gamer-Boy. Komm in unsere Folge, quatsch mal ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, bitte die persönlichen Details nicht vergessen. Ähm, und so, ne? Aber natürlich nichts lügen, ja, das wäre das Allerschlimmste. Bitte, bitte, die, ja, gut, die Kontonummer müsst ihr jetzt nicht unbedingt angeben, aber, ne? Das wäre natürlich so ein schicker Bonus, da würden wir so denken. Geil, der gibt uns einen Bonus. Ja, da müssen wir mal schauen, oder? Ich hoffe, es gibt nicht wirklich jemanden, der uns eine Kontonummer gibt. Naja, egal. Also, wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge wieder, weil die Überlänge der Folge ist auch schon überschritten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis dann. Tschüss, ladiesel.